So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ballers Gate Enhanced Vision. So, beim letzten Mal hatten wir ja ein Einkaufstuhl bei dem Magier in Barbera Gros gemacht und haben uns dann auch einen Blick nach Neshke gegeben. Und jetzt sind Neshke hier schon ein bisschen halt Scheiße gebaut. Genau, und ich hätte hier genau mit dem Quest angenommen, dass ich mich um die Eisenkamp an der Mine kümmere. Dass ich mal gucke, was da in der Mine genau abgeht. Ja, wie wir sagen, gehen wir einfach weiter, ne? Ich habe hier noch einmal zu verkaufen. Ähm, Sleep Spell. Ich habe die anderen Sleep Spells. Ich könnte die ganzen Spruche an alle mal jetzt hier Zeit geben. Das ist ein Kurzschritt für alle Tisch. Ah, genau, den Deutsch kann ich hier haben. Genau, das Schild und die Rüstung könnt ihr auch kaufen. Die Spruchrolle könnt ihr auch wegschmeißen. Ach, Spruchrolle. Ein Brief. Und den Helm. Und diesen Schild. Und den Bogen. Und den Pfeiler. Ja. Können wir ein paar Kugeln kaufen. Das ist jemand anderes. Ich brauche ihn. Warum ich? Alles klar. Dein Spruch ist Ambrosia. Stopp touchieren mich! Ich bin Przellude. Er guckt meine Hand. Ihr Geschäft ist peinlich. Aber das sind die Schild. Oh, ich kann die Schlüssel verkaufen. Aber die Pfeile nicht. Dein Wunsch? Nein. Die einzige Sache, die besser als Gold... Oh! Schön! Oh, der hat Katana und Skimitar. Oh, interessant. Was für ein Katana kaufen? Mal sehen, was er mit so kann. Und ob der vielleicht ein Schild auch nutzen kann. Dein Wunsch? Ich verstehe. Die Pfeile sind das beste Süd der Wasserdämpfe. Oh, super. Hier gibt's kein Katana. Aber Ninja-Tour. Zumindest nur so eins. Ne, er kann kein Schild nutzen. Oh, sieht aus wie ein Langschwert. Oh, kurzschwert. Will ich. Ehh, Montaun, geh mal hier in diese Reihe. Ich hoffe mal, dass Xa-Montaun jetzt nicht sich nicht mehr beschweren von wegen, wir wollen endlich in die Miene und so. Weil ich hab jetzt noch nicht vor, Edwin in die Gruppe zu wollen und seine Mission zu machen. Du nicht? Schau dich in die Trap, bevor es dich in die Probleme kommt. Oh, sprich nicht mehr, damit er meine liebte. Edwin! Wie cool ist sie überhaupt? Ich bin gespannt. Ich verstehe. Geh nicht weiter. Ich brauche die Services von deiner Gruppe. Ja. Sie werden es gut machen. Wieder erschrocken mich. Ich bin mit einer der coolsten Maube. Da haben direkt 4 Zauber. Ah genau, da hat er dieses magische Amulett von Tai. Also das ist einer der Magier von Tai. Mit dem Amulett hat er extra Zauber. Ähm, der hat aber scheiß Zauber irgendwie. Gebt ihm mal was. Das lieb besonders. Mal chilltouch. Nicht verkaufen. Okay, Rüstung wird da auch schon. Nein, nicht dem. Dem. Was ist denn jetzt? Awww. Verkackt. Awww. Awww. Du kommst von Edwin. Ich bin mal ein bisschen mühe. Das gibt's nicht. Edwin. Du wirst mich verarschen. Geht doch. War doch nicht so schwer. Wieder erschrocken mich. Awww. Das gibt's nicht. Ey. Bis es klappt. Da kenn ich nichts. Ja. Ja. Wieder erschrocken mich. Und wenn's erst beim hundertsten Versuch klappt. Ey, da hab ich halt ja drei Stück klappt. Wieder erschrocken mich. So ist es schön. Ist ja gut gemacht Edwin. Da kommt mir die ganze Scheiße raus. Du kriegst Summer Sleep, würde ich sagen. Und Summer Magic Missile. Jetzt brauchen wir noch einen Schleuder für den. Wieso kann ich dich nicht bitten, seitdem alle. Ich weiß immer noch nicht was das mit den Farben von den einzelnen Charakteren hier. von den.. von den... den Rändern unter denen bedeutet. Früher waren ja alle immer grün. Das ist dadurch eine eigene Farbe. Pain on Penalty night I need an Elf, why me? Fine, baby, break from the field! Here I want to be Ah, I want to see if it's for me I want to see if it's for me Your wish? I understand The customer is always right Yo, der kann Darts benutzen Oh, der kann sogar Sling benutzen Nice I look forward to your next three friends I have a message out of Waterdeep I look forward to your next three friends Darts Meer Meer Oh, I'm not a Sling Ah ja genau, ich wollte jetzt den Gürtel auf Masculinity, Femininity, auf Edwin anbieten. Achtung! Edwina! Merke Achtung, ich habe wieder vergessen, denn hier eine Schleuder zu kaufen. Leider hat Edwin jetzt keine weibliche Stimme. Wie in Ballos G2. Das lustige ist, man kriegt das jetzt halt nicht einfach so viel weg. Man muss halt in den Tempel gehen und so einen Zauber auf den Casten lassen, wegen des Curse oder so. Und man kann später als Kleriker auch selber lernen, kann man es auch so auf den Casten. Kostet halt kein Gold. Aber ich lasse halt einfach so. Na Edwin? Schau mal, man braucht ja keine Netherscroll um weiblich zu werden. Du brauchst nur einen verfluchten Gürtel. Ich geh mal zum Yarmark, da gibt es ein paar schöne Magierroben. Zwei Stück oder so hab ich jetzt. Nee. Falsch. Drei. Eins, zwei, drei. Ach, warte, ich hab noch was vergessen. Gold läuft die Welt, kid. Je schneller du das gelernt hast, desto bessere Leben von Treacher. Heya! Hi, I'm Nubau! Ne. Hi, I'm Nubau! Nice place, huh? Heeya! Was kommt er mit der... Oh! So, killt ihn die Monsters jetzt? Heeya! Heeya! Er kommt! Weg, Pillon! Schneller! Hier ist er. I understand. Ich verstehe. Ich bin bereit. Ich freue mich auf deine Instruktion. Du hast jemand anderes. Warum ich? Ich kann den ganzen Tag machen. Da habe ich kein Problem mit. Warte mal so, dass ich mit der Maus so weit mich berühme. Okay, geht nicht. Das ist irgendwie ein Limit von 32 Mal. Ich hoffe, es ist nicht mitgezählt. Heya! 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 Ha! Du bist echt geduldig. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. 400 XP! Und der haut ab. Und der ist in Ruhe. Yay, ich bin gut. Carp? Was ist dein Gehirn? Genau. Uninteressant. So, jetzt gehe ich nochmal zum Karneval. Okay. Du bist so irritiert. Geh nach uns. Okay. Der Karneval. Ich bin immer bereit, zu enttäuschen. 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 Du wirst nicht auf der Basis sprechen. Ich will nicht auf der Basis sprechen. Ich will nicht auf der Basis sprechen. Was ist es diese Zeit? Ähm. Würde ich hier schon Blindheit drauf verschwinden? Oder lieber in Spook. Spook. Knall ihn ab. Schau, wie ich mich schau. Ich will mich nicht auf der Basis sprechen. Oh, scheiße. Ich bin nicht auf dem Weg. Ich brauche eine ganze Zeit. Ich brauche einen Schaum. Warum ich? Ich brauche einen Schaum. Warum ich? Natürlich, auf natürlichem Weg, he he. Das ist auch gut. Ich will nicht. Ich will nicht. Jetzt ist er tot. Ich weiß nicht, dass du, Pug, mich anfangen, zu schütteln. Was denn? Geh, alles klar. Ich will nicht. Geh, alles klar. Ich weiß nicht, wieso hat er dich beschwert. So, irgendwo war hier ein Zelt mit zwei Magien drin. Was nicht. Ich habe Zaubertränke gekauft. Die, glaube ich, ziemlich dumm sind. Genau. Red Potion. Oh, 50% resistenz gegen all magical damage. Also gegen die magischen Schaden. Setze mit Intelligenz auf 25. Dafür meine Weiße und meine Stärke auf 3. Für 24 Stunden. Okay. Das ist interessant für Magier. Obwohl er sich erwarten, wie er bewegen kann. Das ist meine Stärke auf 35. 25. Das ist eigentlich schlecht. Ich brauche einen... Ich will nicht sprechen. Was braucht er tot? Ich bin tot. Dies ist besser im Schaden, wahrscheinlich. Taskmaster. Ich will nicht... Dies ist besser im Schaden. Gute. Was braucht ihr tot? Alles klar. Ich freue mich auf deine Instruktion. Glückwunsch, deinen Freund zu treffen! Naja Ah, er hat nur ein Zelt mit dem Zauberer Das war hier irgendwo Zeke verkauft einen Stein Stein zu Fleischbruch habe ich genannt Ich habe die besten Preise auf dieser Seite von Cormier Oh, dafür braucht es Sachen Waffen hauptsächlich entfernt von Waffen Oh, dein Eau ist auf Piessen Ich brauche einen Eau Ich bin vorbereitet, ich werde an die Aufgabe kommen Ich habe die besten Preise auf dieser Seite von Cormier Ich habe die besten Preise auf dieser Seite von Cormier Los du Mönch, klau mal die Sachen hier Geh, Pestis! Warum, ich... Uh, sicher Guck 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 Guck